Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Das gibt's doch nicht, oder? Das hält er nicht. Hör auf. Ja gut, hat er natürlich geile Nachschussgewerbe drin gewesen. Natürlich steht da keiner, weil die steht da immer weiter, wenn der Nachschuss hat, ne? Immer. Immer. Zu 99 Prozent, weiß ich, aber bei mir steht da nicht einer. Da steht da keiner. Er steht gut und hat den Ball. Danke. So, natürlich, kein Problem, er holt sich den Ball. Wijnaldum. Jetzt hat er den Ball. Matthews. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Und hier wird es jetzt zwei Minuten Nachspielzeit geben. Allen. Der Angriff könnte was werden. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Gute Flanke. Der Ball war nicht platziert genug. Vier. Dach der Begriff. Dach der Begriff. Der Monat. Der Monat. Der Monat. Und die zweite Hälfte in diesem Vierten Gruppenspiel läuft bereits. Gibt's noch. Gibt's nicht crustig, dass wir hier zu sehen? Das macht man nicht. Und dann passiert ich auch nicht. Das Erster und er Kosten für zu sagen. aber da schon 33 ist moment der an mich jetzt noch mit was das gesehen über die grätsche springt er einfach rüber nix bei absoluter nix kann er kommt noch nie was den ball hält er gut kann er auch nicht was meinst du bist er überhaupt wirklich gut hat sein tor gemacht und reicht einfach nicht sie kämpfen um den ball matthews war bei wer tolle flanke kann so offen und die zukommen der partie bleibt natürlich ganz offen und wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse die scheiß dort kann nix wirklich gut ist mehr langer gemacht und er hat den ball noch ein ganzes scheiß aber gutes auge vom assistenten gott sei mal das abseits ein mann wir hier in schiechern da ist genau das spieler von na gut gespielt bei gehen nach außen kurze unterbrechung der ball ist im seitenhaus na ja alle waren wir hamburg waren alle 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 waren bei hamburg ich weiß habe ich schon verstanden robben war bei hamburg sind alle wochen bei hamburg angefangen sind die äußeren gut gemacht gut ist in hamburg haben salat gegeben das ist schon einfach so ich gebe ihr absatz aber so wird abgefilter maus immer ab so ist sehr traurig aber so zu tun müssen wir mal abziehen sie geben gas wollen die führung erzwingen aber nicht in dieser szene ist aus vorgegangen danke und jetzt der schuss der geht nicht rein es bleibt aber unentschieden der war nicht so ganz so scheiße herrschle williams wer behauptung ist lahmarschig nun joe ledley aus ohne ball das interessiert so robben den ball holt er sich vollkommen problemlos der fuß das unentschieden ecke und spüren auch nicht achten schieße nicht so nicht das war einfach aber du bist auch gerade jeden ball ne für ausrasten da immer zu meiner Seite da kommt die Flagge von Bale die 740 abgast das Tor wird nicht gegeben das Tor wird nicht gegeben das war das Volley das war das Volley ganz souverän hier vom Torhüter ja komm spiel zu mir mal da passt er auf und hat den Ball wir fast mal gegangen das ist natürlich nicht drin aber nur fast fast was was geht wir haben wir auch was was geht wer bringt die Flasche aber nicht verkauft aber muss verlieren sollen dann gibt es natürlich jetzt ist die Kugel weg 1000 Euro wir sehen hier gerade die Ballbesitzende ist mindestens eingeblendet Buschi das ist ja so scheiße und passt so im Großen und Ganzen auch zum Spielverlauf ich weiß nicht der Schuss hier wohl eher die falsche Entscheidung Buschi jetzt ist völlig überraschend Deckel das Zuspiel wäre besser gewesen macht aber auch wenn man sich für den Ball vorbei zu machen Schiller mal Schiller mal 5 2 oder so er hat gerne da ist der Ball weg so machen aber nicht wenn's Robben ey Hau mal bis ein Tag sonst nix sonst nix gemacht 90 Wijnaldum ich hatte die 90 Wijnaldum da ist so ein Team wird umhört zu machen dafür jetzt nein nix weil konnte wie gestern vor Robben Robben jetzt kann er sich den Ball zu Robben jetzt muss ich ihn austauschen wegen dir von passieren Robben können auch nicht mehr hier Klaas und hat sich erholt wie gut mal gucken wie schlecht er ist uns zu Iran du bist schon ein bisschen echt scheiße zum einfach holen ein robben jetzt jetzt geht es mit einem einwurf weiter und da geht der spieler dazwischen und fängt den pass ab und nun Bale nix und damit ist der Ball weg und weg sicher vom Torwart gut gemacht der blick zur uhr noch sieben minuten knapp daneben und das ist in dieser situation doppelt ärgerlich ja ein Tor wäre gerade jetzt enorm wichtig gewesen David Cotterill ist ein bisschen einfacher gewesen hätte man wie so wieder ein enges Ding hier und es kann auch so viel passieren von Montella da war er mit dem Fingerspitzen da da war er mit dem Fingerspitzen da da war noch einer dran und deshalb noch mal Ecke das könnte schon die letzte Chance sein was war das denn aus so einer Gelegenheit musst du einfach mehr machen ganz schlechte Eckball nun Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale ist einfach zu er kann nix hier oben auch hier oben auch ich bin einfach nur ein hohes Level er kann nix ein solches Schuss hat muss reichen weißt du denkt man sich so Ecke toll wir sind 3 zu 2 wegen mir recht zu dem ich bin ja wenn sie zwiebel sind rast sich aus nein 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 platz hier auf mein platz schießt Tor nicht dein platz na 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 ganz einfach gekommen so und robben wird es jetzt gefährlich er platz ganz ist noch nicht flanke von robben boah da pfeift der Freistoß aha Robben noch vorne oder was da macht man sowas aber geht in Ordnung schon wieder gefoult Elfmeter 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 ne war ganz klares Foul toll 1 zu 1 ey 1 Punkte damit kommt Nia dann nicht weiter super toll ey spieler gesperrt ist das nicht schön Marvin da zu wissen ob ein spieler gesperrt ist ist das nicht schön Maren da zu wissen kannst du schon fast rein tun oder sag keine scheiße ich spieler jetzt der ganze Zeit schon drin ne ok so oh Mensch United müsste ich eigentlich mit abziehen können eigentlich ja aber das heißt ja nix Arsenal 4 4 aber nicht mit Arsenal mit Spielen das war Pech und 7-0 war es mit Sicherheit nicht wie war es denn so haa Wooni das hat nicht schön Marvin das wissen wir auch mal Wooni hat Schweinsteiger hat schweinsteiger 86 schweinsteiger 86 schweinsteiger 86 86 wo sollt man ihn rein tun ne ja obwohl der andere der ist immer noch kleiner ey das sind eine bessere Reaktion man der ist immer besser der ist immer besser nein es gibt nix wo der besser ist der ist überall über 80 im Bulli voll wichtig für nen Tote eigentlich Uni schweinste schwe namen Optik manchmal auch 3 trubli und sich Puh, irgendwie f*** ich im Boden da. Oh, Kopf 91. Hacke, die Schampelle, weil ich nicht klar war. Dann glaube ich, ich tue glaube ich mal, ich tue glaube ich mal, wie er gehört zuhause. Und ich habe ein Speicher umbessert. Und so gar nicht viel haben. Nee, nee, wo die scheiß Spieler haben. 86er dann habe ich ein 76er und dann habe ich ein 82 überall besser doch da habe ich den jetzt hier dran der ist richtig gut doch ja krieg ich nicht das wirst du gleich sehen wenn ich nicht auf die presse gekriegt weil hinten nichts passieren wird vielleicht was Oh, nur ein 66er, da ist ein Puccino rein. Ist schon wieder vorbei? Ist nicht schon wieder vorbei?